» Jimmy Schlager – kommt nach Weidhofen. Da liegt mir Nadrich die Frage auf der Zunge. macht Schlager, Schlager? Nein, der heißt nur so, der macht keinen Schlager. Wir machen Mundort, Texte, verpackt in Chansons, in poppige Lieder, in Reggae, Swing und so weiter. Alles selbst gemacht und wunderschön. Mundort, welche Mundort, von wo kommt Jimmy Schlager? Jimmy Schlager kommt aus Niederösterreich, aus dem Weinviertel, das ist nordöstlich von Wien und hat auch die Mundort. Das ist eigentlich so wie Wiener Dialekt, nur ein bisschen schöner. Es gibt natürlich sehr viele Dialektrichtungen von Ambrose bis Houdina. Wo reiht sich Jimmy Schlager ein? Hauptsächlich bei Jimmy Schlager. Und ja, das ist, Ambrose hat auch so ein Dialekt. Houdina im Prinzip auch. Auch nicht, das ist eine andere Musikrichtung für mich. Dialektmäßig unterscheiden sich die nicht allzu sehr. Und da sind wir auch, Jimmy Schlager ist Jimmy Schlager. Das ist unser großes Problem, dass man das immer erklären und muss aber bevor man es nicht kennt. Aber es sind es sind witzige Sachen, es sind stimmige Sachen. Es sind Coupets, Chansons, einfach Lieder. Und wenn man es kennt, fragt man nicht mehr. Wenn man es kennt, fragt man nicht mehr. Dann ist eigentlich eh alles klar. Ja, da redet gleich einer mit, den sich Jimmy Schlager als Verstärkung geholt hat. Und natürlich nutzt du natürlich den Heimvorteil in Weidhofen, weil du bist ein Ipsitzer. Und wie habt ihr euch zwei gefunden? Ich wohne jetzt seit zehn Jahren, elf Jahren, während ich im Oktober wohne, in Gensandorf. Und der Jimmy hat quasi drei Kilometer Luftlinie von mir gewohnt. jahrelang und kennengelernt haben wir uns aber erst vor zweieinhalb Jahren circa. Und seit wie das mit diesen Singletreffen angefangen hat. Genau. Hat kein Geld und auch kein Schmäh ist alles andere als Schäden nichts was Frauen bewegt doch er kann tanzen und während alle anderen nur gut ausschauen verzweifelt an der Partyrundenzahl wird er schon längst umringt und alle hausfragen die flüstern in sein Ohr was von mir war. Samsi tanzen 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 Vielleicht ein kleiner Aufruf an deine Ipsitzer Gefolgschaft. Ich glaube, der hat sich alle zwei angerufen. Ich bin so selten in Ipsitz, dass es, glaube ich, keine Gefolgschaft mehr gibt, aber ich würde mich natürlich voll freuen, wenn ich das eine oder andere bekannte Gesicht sehe. Damals schon Mir gefreien uns, dass wir schießen von Schucht bis zu den Haaren Es ist fast nicht zum Glauben und trotzdem ist es wahr Mir gefreien uns, dass wir schießen und kann es nicht besser gehen Die Welt ist zu kallroßer und bis an oder andere schießen